Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 teilsouveränen Ländern, die auch Bundesländer genannt werden. Thema dieses Films ist der Freistaat Bayern. Bayern liegt im Südwesten Deutschlands. Es grenzt im Westen an Baden-Württemberg und im Norden an Hessen, Thüringen und Sachsen. Im Osten ist die Landesgrenze Bayerns gleichzeitig die deutsche Staatsgrenze zu Tschechien, im Süden zu Österreich und der Schweiz. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Vorgaben der sozialen Mittel derzeit. Die Vorgaben der 48. Die cream aleupens malentk dormirdt米лись nicht aufbereitet. Die Vorgaben der Ab krägen diesen Information.